David Blair Redford ist ein US-amerikanischer Schauspieler. Leben Redford wurde 1983 in Atlanta, Georgia geboren und wuchs in einem Vorort von Kenton, Georgia auf. Er besuchte die Sequoia High School. Er ist ein begeisterter und erfolgreicher Tennisspieler und lehnte nach dem Abitur ein Stipendium ab, um Schauspielern zu können. Seine Karriere begann er als Model. Im Juli 2005 bekam er die Rolle des Scott Scottie, Grainger, Jade Air. In der Seifenoper Schatten der Leidenschaft. Er spielte die Rolle bis Februar 2006. Danach folgten Gastauftritte in verschiedenen Serien, bevor er von 2008 bis 2007 in der Seifenoper Passions die Rolle des Miguel Lopez Fitzgerald spielte. Im Jahr 2010 bekam er in der Pilotfolge der ACW-Serie Batwix eine Hauptrolle an der Seite von Josh Henderson, Austin Butler und David Gallagher. Jedoch wurde daraus keine Serie. Noch im selben Jahr bekam er die Rolle des zwielichtigen Oscar in der Jugendserie 90.210. 2011 bekam er eine Hauptrolle in der ABC-Family-Serie The Lying Game als Ethan Whitehorse die am 15. August 2011 Premiere feierte. Zuvor spielte er eine Nebenrolle in der Serie Switched at Birth als TY, die ebenfalls auf ABC-Family läuft. Nachdem The Lying Game eingestellt wurde, kehrte er zu Switched at Birth zurück. Seit Herbst 2013 ist er in der Nebenrolle des ZACH in Beauty in Arabies zu sehen. Filmografie 2005 zu 2006 Schatten der Leidenschaft 2006 The Aasite 2006 Voodoo Man 2007 Oktober Rot 2007 zu 2008 Passions 2008 der Tag an dem die Erde stillstand 2009 CSI Miami 2010 90.210 2010 Warlesque 2011 2013 Switched at Birth 2011 zu 2013 The Lying Game 2013 Beauty and Eyebeast 2014 Satisfaction Videospiele 2013 Beyond Two Souls as Jay und die Erde aus der Leidenschaft 2000-Family-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie-Serie.